Hallo und herzlich willkommen hier bei uns aus dem Auto. Sondersendung. Sondersendung, guck mich an, wonach sehe ich aus? Wie klappt es Kalli? Ich bin heute schon mehrfach klatschnass geworden, weil es gießt den ganzen Vormittag hier bei uns unten in Campo International. Hier geht es sogar noch mit dem Regen, aber ich komme gerade aus San Fernando. Da oben sind ja nur ein paar Meter auseinander. Da hat es gegossen oder da gießt es wie Sau. Jetzt wollen wir mal gucken, ob der Regen wirklich so viel ist, dass wir vielleicht im Barranco mal Wasser haben. Das haben wir noch nie gesehen. Wir schauen mal. Aber wie gesagt, es gießt den ganzen Morgen. Es kommt reichlich Wasser runter, was großartig ist für die Insel. Die Urlauber, die natürlich eine Woche haben und sich das abgespart haben und seit gestern hier sind, für die tut es mir leid. Die wünschen sich natürlich was anderes. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert, nicht wahr mein Schatz? Nö, also es ist einfach total berichtenswert, weil es hier auf Gran Canaria so gut wie nie regnet und das kommt in die Schlagzeilen auf die Seite 1 hier bei uns, weil das ist eine absolute Neuheit und da muss man eine Sondersendung drüber machen. Es regnet. Ja und es soll auch noch so weitergehen. Wir haben so ja, aber hier regnet es ja gar nicht mehr. Pass mal auf. Du warst gerade nicht mehr unterwegs. Wir werden uns das ansehen. Ich meine, das ändert sich ja auch ganz, ganz schnell wieder. Ja. Ich bin gerade an dem Markt ja vorbeigefahren, der zur Lenken hat. Hier liegt, da sind kaum Besucher und es sind auch wenige Aussteller da. Guck dir an, was für Wasser auf der Straße ist. Große Pfützen, das ist doch auch für Gran Canaria total ungewöhnlich. Ja. Irre, oder hier? Ja, dass man überregende Sondersendung macht. Und du merkst hier, hier fängt es mehr an zu regnen. Ja. Aber dann mach doch mal den Scheibenwischer an. Kann da ja endlich mal was machen. Das Auto ist auch wieder sauber, von ganzer Leid. Wie viel Grad haben wir eigentlich? 23,5. Nicht schlecht. So, jetzt sind wir hier im Ortsteil San Fernando. Ja, wir fahren noch mal ein bisschen weiter natürlich. Hier war es vorhin viel, viel schlimmer. Ich meine, wir wollen ja nun auch kein Katastrophentourismus, äh, Tourismusquatsch. Journalismus, wollte ich das schon nennen. Ich lache nicht drauf. Die erzählen aber eigentlich nur dummes Zeug. Ja, und wir wollen über keine Katastrophen berichten. Also wie gesagt, der Regen ist für die Insel ein Traum, ein echtes Geschenk. Und man freut sich hier natürlich. Bringen tut das, glaube ich, nichts. Das ist morgen ja alles wieder weg. Ja, aber das Wetter, wie gesagt, soll sich ja zwei Tage doch auf diesem Niveau bewegen. Also wenn es so weitergeht. Hier wird schon wieder irgendwas verlegt. Wahrscheinlich sind das auch hier wieder die Starkstromleitungen. Man rüstet sich für die E-Mobilität. Aber bisher gibt es hier recht wenige Ladeinfrastruktur. Also auf den Supermärkten, klar, oder in den Tiefgaragen der Supermärkte. Aber dass man hier irgendwo mal so einen Parkplatz sieht mit einer Ladesäule, selten, ne? Aber ich bin gespannt, wie das auch da hinten aussieht, wenn wir den Bär Wisterberg runterfahren. Guck. Also das haben wir bei all unseren Aufenthalten hier auf Gran Canaria, habe ich das noch nicht erlebt. Du auch nicht, oder? Einmal. Da hat es den ganzen Tag nur geschüttet. Ach, da war ich gar nicht hier. Bestimmt. Da musstest du alleine sauber machen. Ja. Hast du auch gut hingekriegt. Ja. Weil es sieht natürlich auf den Terrassen und auf den Balkonen nach so einem Wetter dementsprechend aus, wie ihr euch vorstellen könnt. Es kommt ja immer auch Staub und Sand aus der Luft mit runter. Also ich hätte mir jetzt spektakuläre, spektakulärere Bilder erwartet. Aber allen Leuten, denen ich heute begegnet bin, die hatten ein Lächeln im Gesicht. Also man freut sich über Regen. Ja, klar. Ja, hier unten scheint es tatsächlich heller zu werden. Aber wir fahren mal nach Gran Canaria, ne? Ja. Wie Ist das denn? Ja. 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 Jetzt sind wir hier bei Lidl und hier ist, wenn irgendwo Wasser runterkommt, hier in der Kurve, hier steht es dann so richtig. Aber ich meine, das kommt ja auch von beiden Seiten bergrunter. Aber dass da jetzt im Barranco schon Wasser steht, das glaube ich nicht. Nee, wir werden uns zusammen sehen. Da muss es ja in den Bergen richtig schütten und das über Tage, glaube ich. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich werde euch nachher mal nur so unsere Terrasse zeigen, wie die aussieht nach so ein bisschen Regen. Wahnsinn. Wir sind, glaube ich, auch der einzige Bungalow bei uns in der Anlage, der eine Dachrinne hat. Ja. Warum haben wir das eigentlich gemacht? Weil wenn das mal, morgens ist das immer so, dass man eine hohe Luftfeuchtigkeit hat. Ja, immer nicht, aber häufig ist das so. Und dann tropft das immer von der Überdachung vom Balkon, tropft dann immer dieses Kondenswasser auf die Markise. Und das Geräusch hat mich immer wach gemacht. Und das läuft dann auch auf die Fliesen und wir sind da ja ein bisschen pingelig. Wer? Wir? Na, ich bin da schon sehr pingelig. Ich kriege einen Anfall, wenn da die ganzen Wassertropfen auf den hellen Fliesen sind. Und du dann da wahrscheinlich auch noch barfus reintrittst und das dann durch die ganze Bude trägst. Doch ja, kein Mensch. Ja, ein Video zu machen über Regen ist von jedem anderen Ort dieser Welt völliger Blödsinn. Hier natürlich auch, ist auch völliger Blödsinn. Aber wir möchten ja auch über neue Sachen berichten. Und wenn es hier regnet, muss ich sagen, das ist wirklich neu. Das passiert zwei- oder dreimal im Jahr. Manchmal auch nur für ein paar Minuten oder für ein halbes Stückchen im Höchstfall. Aber heute regnet es schon den ganzen Vormittag. Es fing gestern Nacht, glaube ich, an. Ja, ich bin wach geworden davon. Und dann hat es eigentlich so durchgeregnet. Jetzt scheint sich das langsam zu entspannen. Wir werden das sehen. Vielleicht kriegt ihr nochmal neue Bilder am Nachmittag. Aber wir fangen jetzt nochmal zum Barranco. Genau. Und ich habe wenig Hoffnung, dass da Wasser drin ist. Wir schauen mal. Also sonst habe ich ja auch immer meine Sonnenbrille auf. Das ist ja auch eigentlich unhöflich. Aber sonst kann ich einfach nicht aus den Augen gucken, wenn die Sonne scheint. Ich habe alte Haare. Und heute brauche ich definitiv keine Sonnenbrille. So. Dann sind wir jetzt gleich hier am Barranco. Eigentlich heißt der gar nicht Barranco. Eigentlich ist das ein Kanal. Aber irgendwie hat sich das hier so eingebürgert, über den Kanal zu sprechen. Wenn man darüber sprechen möchte, sagt man Barranco. Jetzt kommen schon wieder ein paar Tropfen. Große, große, dicke. So. Das ist jetzt hier der Kanal. Da steht natürlich kein Wasser. Ein bisschen steht da drin. Aber manche Leute haben das schon gesehen, dass der Kanal tatsächlich voller Wasser war. Und dann auch Leute dort gesurft haben. Ja. Viele Jahre soll das her sein. Aber das hat es wohl gegeben. Ein Freund von uns berichtete auch, dass der Barranco mal so voller Wasser war, dass der bis zum Chaka. Das ist dieser kleine See vor dem Atlantik. Am Strand unten in Maspalomas. Da ist der Kanal, der Barranco, durch den Chaka über den Strand in den Atlantik hinein gelaufen. Und das sind nicht wenige Meter. Und man konnte diesen reißenden Fluss, der dann entstanden ist, den konnte man nicht mehr überqueren. So tief war der und so gefährlich war der. Und ich kann nur hoffen, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo das wieder passieren sollte, dass wir dann auch hier sind. Das wird das mal erleben. Weil das wird ja die Sensation. Spektakulär, ja. Ja, das ist das langweiligste Video aller Zeiten. Wir haben Regen gezeigt. Für Menschen in Deutschland ist es wahrscheinlich nichts Ungewöhnliches, aber für uns. Und daran wollten wir euch teilhaben lassen. Falls euch dieses Video nicht gefallen hat, dürft ihr gerne ausmachen. Ja, genau. Weil es gibt auch immer Menschen, die kommentieren unsere Videos und finden die total langweilig. Dann frage ich mich immer, warum gucken die das eigentlich? Ist doch keiner gezwungen, das zu sehen. Aber man muss das auch nicht gut finden, was wir machen. Die meisten unserer Zuschauer finden das gut. Und wir arbeiten für Mehrheiten. Genau. Bis jetzt sagen wir erstmal vielen Dank fürs Zusehen und verabschieden wir uns wie immer mit einem freundlichen Hasta Luego. Ich sage auch Hasta Luego. Bis jetzt, bis jetzt geht's! Und hier geht's! Und hier geht's! Bis jetzt!